ein community engel hat mir gestern ein screenshot geschickt dass jemand der auf telegramm unterwegs ist unsere community dann die einzelnen anschreibt und sagt hey ich bin auch bei der heilkraftwerk plattform das lustige ist dieser mensch hat heizkraftwerk geschrieben dann ist ein riesiger witz losgetreten von wegen priscilla heizkraftwerk du heizt uns ein also wir haben ja die humorvollste community ich liebe es auf jeden fall hat sie mir diesen screenshot geschickt dass da anscheinend einfach spam unterwegs ist ja und dann habe ich das geteilt bei telegram und dann haben ja einige geschrieben hey sie haben diese nachricht auch bekommen und und wie sollen sie damit umgehen und man kann das ja als spam markieren und ja ich habe dann angefangen meine gedanken zu teilen zu all diesen plattformen und ist es einfach es ist alles so neu für uns und es gibt noch keine gefestigte umgangsform mit der digitalisierten flut mit gibt es geschützte rahmen gibt es irgendwo ja wo das nicht sein kann dass jemand rein grätschen kann und ich beschäftige mich gewiss gezwungenermaßen durch instagram auch eigentlich so eine wertvolle plattform aber da bin ich eben diesen dopamin überschuss gekommen also in die abhängigkeit und dann gibt es andere kanäle wie eben telegram kanäle wo ich dann darüber geschrieben habe und das möchte ich jetzt einfach mit dir teilen dass ich für mich herausgefunden habe dass im digitalen sinne weniger mehr ist und im literarischen sinne viele verschiedene gebiete in die man wirklich rein liest und man kann von einem buch ausgehen schon mehr als jemand der einfach links in dem kanal verteilt dass die sachen recherchierter sind und sich jemand tiefgehender mit dem thema beschäftigt hat und was wir gerade auch bei telegram kanälen sehen dass das einfach ganz viele links und artikel und so weiter geteilt werden und wenn man dann da drauf geht und dann recherchiert dann merkt man oft das ist einfach nur meinungsartikel und meinungsartikel ist einfach jemand hat eine meinung drüber das ist so wie in der spelunke wo man einfach beim morse bier ja seine meinung kund getan hat und und das ist ja auch schön und gut da seine meinung kund tun aber es ist nicht zu verwechseln mit wissen was zum beispiel in büchern ist oder in einem gut recherchierten artikel mit verschiedenen quellen angaben die ein weiter bringen und jetzt steht man vor einer herausforderung gerade als content creator und da bezeichnete bezeichne ich mich dafür ich kreiere inhalte wir menschen lernen über geschichten und was ich mir wünsche in diesem leben weil ich glaube daran oder ich weiß dass ich hier bin um zu lernen um mich zu transformieren also wir wissen dass unser gehirn über geschichten lernt das heißt wenn wir ganz viele verschiedene einfach meinungen hören dann ist das nicht unsere geschichte das heißt wir können es gar nicht in unser leben wie integrieren es sind einfach meinungen was wir integrieren können ist wirklich wenn jemand seine wahrhaftige geschichte erzählt und ich sage wahrhaftig oder man könnte es auch ehrlich nennen deswegen heißt es sogar nur chronisch ehrlich weil die menschen ehrlich ihre geschichten erzählen und wir menschen spüren das wir spüren die wahrhaftigkeit und und können damit etwas anfangen und wir können es verinnerlichen und können selber dann in diese transformationskraft reinzukommen und darum geht es geht darum dass wir uns selber verändern und dadurch haben wir einen einfluss auf die welt also im digitalen sinne sage ich weniger ist mehr im literarischen sinne sage ich je mehr in verschiedenen feldern weil man kann sich auch einfach nur in ein gebiet rein nerden und man sieht natürlich dann die welt aus dieser sicht aus diesem gebiet aber dabei besteht unser wesen auf aus ganz vielen sachen und es gibt schon so viele philosophieren und lehren wenn man sich mit denen beschäftigt dann merkt man im innersten kern sprechen sie von der gleichen sache das heißt es muss wichtig sein also alles was sich doppelt hat einfach eine eine bodenhaftung also es hat boden das greift da geht die verwurzelung tief so zurück zu der erforderung wo wir stehen also wir lernen über geschichten und das ist enorm wertvoll das ist so gut weil wir als menschen geschichten wir haben so einen übernatürlichen sinn wo wir erkennen ob eine geschichte wahr ist ob jemand der uns gegenüber sitzt wirklich echt ist und deswegen ist das ganz ganz wichtiger teil jetzt der große nachteil unsere aufmerksamkeit wird aber generiert durch drama durch angst durch schau mal wie schlimm und hier und da das heißt wir als content creator stehen vor diesem dilemma wir wissen drama erzeugt aufmerksamkeit das heißt wenn man eine plattform unterhält dann weiß man man kriegt mehr klicks mehr aufmerksamkeit und kann so den menschen eine tolle nachricht weiterbringen wenn man drama erzeugt das ist echt das ist wirklich also da habe ich richtig viel daran zu knabbern weil es genau das ist was zum beispiel die alternativen medien von den mainstream medien immer so sagen sie arbeiten mit der angst aber weißt du was ganz ehrlich auch die alternativen medien arbeiten unterdessen mit der angst also weil dieses dieser drama effekt der bringt oft und also bringt uns menschen dazu auch mich überhaupt immer anzuklicken weil unser gehirn so funktioniert und dann kann es ja sein dass der inhalt dann liebevoll ist und so weiter aber trotzdem ist es etwas was wir ins feld raus werfen wo was uns so immer in diesem nervösen zustand lässt also das ist mal die herausforderung als geschichten erzähler es ist das drama und wie kann man vielleicht oder mich würde das wirklich interessieren und schreibt es in die kommentare wie es euch geht und beobachte dich mal selber beobachte dich mal selber welche sachen welche artikel welche videos welche nachrichten wo klickst du drauf und was sind das für abläufe weil ich glaube dass wir also ich glaube nicht nur ich weiß dass wir uns unbedingt neu schulen müssen und das geht nur über unsere bewusste wahrnehmung also wenn wir das was unterbewusst passiert ins bewusstsein bringen und das geht über die reflektion so zurück zu der digitalen informationsflut also ist es einerseits das thema finde ich ganz wichtig zu unterscheiden sind sachen einfach meinungen oder hat sich jemand wirklich intensiv mit dem thema beschäftigt und ist da auch eigene schritte in diesen bereich gegangen immer wieder darauf zu hören ist das wirklich echt ist es authentisch dann was macht eine nachricht mit mir dann flößt es mir angst ein trennt es mich von der menschheit oder komme ich in diesen in diese transformationskraft um mich zu transformieren ich meine das ist das ziel hier wir wollen lernen wir wollen uns weiterentwickeln also was ist es genau und das ganze thema bei telegram als wir hin und her geschrieben haben ging auch darum dass ich gesagt habe eben wir arbeiten daran an einer geschützten plattform wo wir geschützte inhalte veröffentlichen können wo wir auch persönlicher werden können weil alles was googlebar ist sind ja ist einfach ist einfach nicht mehr so geschützt ich meine jeder hat dann zugriff und wir haben uns ja auch als ganze familie geheilt oder sind im heilungsprozess wo ich denke dass unsere geschichte so enorm wertvoll wäre auch für andere familien und heilungsprozesse aber wo ich einfach durch meine erfahrungen mit youtube oder auch telegram wurde ich auch schon so persönlich angegriffen auf einer ebene wo ich so denke je mehr ich eben in diese authentität gehe desto mehr öffne ich aber auch die wahrscheinlichkeit dass ich irgendwie angegriffen werde oder dass meine familie nicht so geschützt ist und deswegen schauen wir dass wir da auf eine plattform kommen wo das nicht der fall ist und wo es den menschen auch wert ist da wirklich auf diese inhalte zurückzugreifen und bei youtube und allem möglich ist ja einfach alles vorhanden in unendlicher wie sagt man dem im unendlichen maße so das sind ein bisschen meine gedanken wo ich hingehe und dann und das fand ich auch ganz spannend hat jemand aus der community geschrieben ja aber ist es nicht so ist dann nicht die gewahr liegt die darin dass wenn die verschiedenen heiler und impulsgeber alle auf andere plattformen gehen dass die impulsgeber sich dann nicht mehr verknüpfen und das finde ich ein mega wichtiger gedanke deswegen liebe ich den austausch auch wenn manchmal blöde sachen kommen kommen die meiste zeit aus unserer community so schöne sachen also vielen dank dafür also impulse ja das stimmt im digitalen sinne im digitalen sinne stimmt das dass man nicht permanent sich überall verknüpfen kann aber im literarischen sinne stimmt das nicht wenn nämlich ein impulsgeber sich die mühe gemacht hat seine gedanken seine prozesse seine recherche zu verschriftlichen und das als buch rausbringt und ich mich dann mit diesem impulsgeber oder der impulsgeberin verknüpfe und die dann zum interview einlade dann sind wir da in einer sehr sehr tiefen schicht dann haben wir uns reingearbeitet und dann geht es um den transformationsprozess und es geht nicht darum ich schicke einfach einen link von einem artikel schreibe fünf sätze dazu und habe damit also weißt du was ich meine also diese diese essenz und das ist das was ich mir wünsche mit der arbeit die ich mache ich möchte an den kern der dinge an den kern des wissens und dieser kern werden wir nur erfahren wenn wir von ganz verschiedenen blickwinkeln drauf schauen das heißt ich würde sagen im digitalen sinne ist weniger mehr das heißt sich ausstrecken nach kanälen und informationsplattformen wo man weiß ich werde aufgebaut und die impulse kann ich wirklich praktisch in meine transformationskraft umsetzen so und diese kanäle die werden aber innerhalb von vom eigenen leben sich wandeln weil manchmal ist das dran und dann kriegt man vielleicht einen impuls von jemandem hey hast du das schon mal gesehen und dann merkt man ah jetzt ist das an der reihe also ich sage jetzt nicht dass unser kanal derjenige ist kann sein dass wir eine zeitlang dich begleiten dürfen und dafür bin ich mega dankbar aber es kann sehr gut sein sogar dass dann irgendwie dein transformationsprozess etwas anderes braucht und du wirst dazu kommen weißt du das was jetzt der algorithmus macht bei youtube oder instagram oder facebook ist ja dass die merken was interessiert dich jetzt ein beispiel du schaust dir staubsauger an und dann kaufst du einen staubsauger und die nächsten wochen kriegst du die ganze zeit staubsauger werbung und du denkst mein gott über dieses thema bin ich doch schon lange drüber ich meine ich habe den neuen staubsauger bei mir zu hause und das ist das ganz gleiche der algorithmus wird dich immer wieder mit dem gleichen füttern und dabei bist du ja ein transformierendes wesen und hast das schon lange verinnerlicht das heißt du brauchst eigentlich neue impulse deswegen würde ich sagen strecken wir uns aus nach impulsgebern die immer auf der suche sind und die verschiedenes wissen haben reinholen und bündeln ja so im digitalen sinne und im literarischen sinne einfach und egal ob man jetzt ein schnellleser ist oder ein langsamleser einfach immer wieder zehn minuten pro tag einfach hinsetzen und das geschriebene wort zu lesen und egal was es ist ich bin ja sehr christlich aufgewachsen ich habe die bibel mehrmals gelesen dann habe ich aber auch den koran gelesen ich habe dann wissenschaftliche bücher gelesen dann habe ich wieder eher ganz spirituelle bücher gelesen also man kann in alle gebiete reingehen und es hilft dem geist so zu wachsen und weiter zu kommen das ist so unendlich wertvoll das geschriebene wort weil die bildhaftigkeit auch stattfindet weil unser kopf eine eigene geschichte daraus macht ich mache gerade werbung für die literatur genau ja das sind so meine gedanken dazu und ein letzter gedanke der mir sehr wichtig ist den ich auch immer wieder im telegram kanal sage ist entscheide dich für für den für das schneckli dasein schneckli ist schwitzerditsch und bedeutet schnecke ich glaube wenn wir uns entscheiden wieder in diesen schneckenmodus zu kommen zu sagen hey ich habe zeit und ich habe überhaupt keinen stress und es muss nicht alles auf mich einprasseln sonst ich kann mal in der richtung schnecken in meinem tempo das heißt eben vielleicht hast du dann ganz wenige kanäle wo du drin bist im moment und die können sich ja auch wechseln und du hast das eine buch oder du hast auch sieben bücher gleichzeitig und liest dann jeden tag zehn minuten und dann zu merken wann ist es mir zu viel und dass du dich in dein schneckenhaus zurückziehen kannst und verdauen kannst verarbeiten kannst weil wir verdauen nicht nur die aufgenommene nahrung also die lebensmittel wir verdauen auch die lebensmittel des geistes das ist die lebensmittel der emotionen wir sind alles am verdauen und das ist einfach ein bisschen in der digitalen welt wie binge eating also man überfrisst sich an und da wieder ordnung reinzubringen und in seine transformationskraft zu kommen ist enorm schwer also ich bin gespannt was eure kommentare sind was ihr darüber denkt und unten den link auch zur anmeldung ihr wisst wir machen alles im schneckli tempo wir sind da dran die plattform auszuwerten was stimmt für uns was ist die richtige plattform um dann da wirklich tiefgehende inhalte zu schaffen mehr behind the scenes mehr die transformationsprozesse auch in unserer partnerschaft als familie als team von heilkraftwerk zu teilen aber eben das sind eher vulnerable inhalte und deswegen gehören die auf eine geschützte plattform wenn du dich danach ausstreckst du kannst dich schon mal einfach auf die liste setzen wir führen jetzt eine liste weil wir einfach nicht gestresst sein wollen in der umsetzung das in unserem schneckli tempo machen alles liebe an dich geh heute raus und spiel die wiese unter deinen füßen das ist 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 das ist